erst mal hier ein bisschen die garage aufräumen so genau hier ein bisschen die garage aufgeräumt und es mal so unordentlich ist kannst du nicht mal ansehen immer so unordentlich mann und mann und sie gar nicht mal ansehen also wirklich immer so unordentlich Marcel Marcel nächstes mal besser hey freunde ich ihn ja auch wieder eingestaltet habe zu einem neuen video oh yeah ja leute letztes mal ja da war ja angelic da habe ich ja mit angelic gespielt ja und da habt ihr so schöne kommentare in den kommentaren geschrieben dankeschön vielen dank ja und jetzt sagen wir fangen jetzt an warte leute was ich natürlich nur noch kurz sagen wollte wenn ihr kanal noch nicht abonniert habt könnt ihr gerne abonnieren und ich glaube an zu machen ihr natürlich kein Video mal verpasst jetzt geht's los mit dem Video viel Spaß warte leute wenn ihr mich abonniert hat seid ihr in die Marcel Gruppe abonniert auch schnell leute die auch in der Marcel Gruppe sollten jetzt geht's los viel Spaß ja leute letztes mal haben wir mit angelic gespielt mal gucken wie auch wieder da ist Leute gucken sie auch wieder da ist Gucken Angelic 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 Hm Sein Bull wieder nicht da zu sein Angelic ist auch viel unterwegs Leute also Entschuldigung die mal nicht da ist Hm Schand ich da zu sein Schade Leute aber letztes Mal Letztes Mal Leute habe ich gesehen hier eine neue Person eingezogen ist da werden wir jetzt einfach mal gucken ich weiß wo die eingezogen ist mal gucken die jetzt wirklich da ist mal gucken So aber jetzt erstmal schnell dahin Leute also hier wohin die ja Dame Tukosita das kann ja nicht sein Hier ist der Spielplatz kann es auch nicht sein da kann es auch nicht sein wegen da ist keiner hier muss es eigentlich nur sein hier war es auch mal gucken Hallo 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 Sie ich habe gehört äh Sie sind hier neu eingezogen Ja heute Heute Ja heute Morgen Aha Okay Mhm Darf ich mal äh Dein Haus mal ansehen Ja Danke Mal gucken Ja Ah aber ein schönes Haus haben Sie hier Mhm Schön groß für eine Familie Ja Haben Sie denn schon eine Frau Nein Aha Noch nicht Nein Schöne Fernseher Ja Ja schön Schönes großes Haus Mhm Ja Sind überall alle Häuser sind hier ziemlich groß Ja das stimmt Alle Häuser sind hier irgendwie so groß ne auch meins und auch Angeliks Kennen Sie meine Freundin Angelik? Nein Nein Ja ok Ja ok ja Sollen Sie auch gar nicht blöd machen Ja genau ähm Ja Genau Ja ja äh weil äh auch meine Freundin Angelik hat so ein großes Haus ne 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 und deswegen also ist ganz schön groß hier die Häuser ne Mhm Also ja Ähm Wollen Sie mit mir auf den Spielplatz? Ich wollte gerade da hin Ja von mir aus gerne klar Ja wir können auf den Spielplatz gehen Super Entschuldigung Nein nein nicht schlimm nicht schlimm Super Ok dann kam sie mit Beim los gehen Oh mal Ach da bist du ja Ja genau Dann zeig ich euch auch mal Hier ist erstmal eine kleine Mülltonne Hier kann man dann äh Sachen reinschmeißen wenn man hier welche hat Ja das muss ja auch sein Ja und hier ist der schöne Spielplatz Hier ist eine Rutsche Warte da rutsche ich mal drauf Hui Ja Hier ist eine schöne Schaukel Da kann man drauf schaukeln Wie ich gerade Hu 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 Hey Schaukeln kann ich überhaupt nicht ab Dann dreht sich wieder mal rum Mhm Ich bin da immer ziemlich empfand hier Aber rutsche ich gerne Ja Und hier sind so schöne Bänke Und hier sind Fische Hier ist ein kleiner Teich Aber da darf man nicht rein Ja rein sollte man da auch nicht Nein hier Guck Hier sind so schöne Tische Ja das ist für ein Teich Kleiner ja Kleiner Teich Ja Schön ja Mhm Ein schöner Spielplatz Hu 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 Was ist das die Tischtennisplatte oder was? Äh ne die ist auch so eine kleine Bank Soll ich da aber eine Tischtennisplatte Ich will so gerne Tischtennis Nee Das ist keine Tischtennisplatte Nee leider nicht Na egal macht er nicht Ja Ich hab tierischen Hunger Willst du mal mit mir nach mein Zuhause gehen? Kann man machen ja Ich hab nämlich tierischen Hunger irgendwie gekriegt Darum auch immer Okay Dann Juppi 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 und entspannen den schönen Tag noch. So, jetzt sitzen wir mal, genau. Den wir haben. Ja, so schön, ne? Ja, so sitzt man, genau. Ja, so schön.